Das Rechnungswesen, wie bereits vorher erwähnt, dient der Dokumentation, Planung und Kontrolle und richtet sich hierbei sowohl an interne als auch an externe Adressaten. Sehen wir uns zuerst die internen Adressaten an. Zu den internen Adressaten, wie der Name schon sagt, geht es um Adressaten, welche sich innerhalb des Unternehmens befinden, also welche im Unternehmen angesiedelt sind. Und hierzu zählen beispielsweise die Geschäftsführung, der Unternehmer, die Bereichsleitung, die Abteilungsleitung oder aber auch alle anderen sonstigen Entscheidungsträger sowie Überwachungsorgane, beispielsweise der Aufsichtsrat oder auch der Beirat. Und im Unterschied dazu gibt es dann eben auch noch die externen Adressaten und hierzu zählen beispielsweise die Eigenkapitalgeber, also die Eigentümer, Kreditgeber, Lieferanten, Kunden, Arbeitnehmer, die Steuerbehörde, aber auch Konkurrenten sowie die Öffentlichkeit. Also wie gesagt, der Unterschied liegt eben hier, wirklich handelt es sich um Adressaten, welche innerhalb des Unternehmens sind oder um Adressaten, welche sich außerhalb des Unternehmens befinden. Innerhalb haben wir auch schon gehört, also die internen Adressaten, die benötigen vor allem Informationen, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Etwas anders sieht es bei den externen Adressaten aus. Wofür brauchen beispielsweise die Eigentümer oder auch Eigenkapitalgeber Informationen beziehungsweise Informationen über Zahlen oder ähnliches? Ja ganz einfach, die möchten dementsprechend auch einen Überblick haben über die jeweilige Rentabilität. Also was erwirtschaften Sie mit Ihrem Investment beziehungsweise mit Ihrem Unternehmen, an dem Sie beteiligt sind. Kreditgeber und Lieferanten haben vor allem Interesse am jeweiligen Unternehmen in Bezug auf das Ausfallsrisiko. Also bekommen entweder die Kreditgeber oder die Lieferanten auch das Geld, also können die Forderungen, die Sie gegenüber dem Unternehmen haben, auch dann beglichen werden in weiterer Folge. Auch für Kunden ist es dementsprechend interessant, wie geht es einem jeweiligen Unternehmen oder auch diese benötigen Informationen. Denken wir beispielsweise an Ihr Auto. Sie möchten natürlich auch, dass Sie in 5 oder in 10 Jahren noch Ersatzteile für Ihr derzeitiges PKW bekommen. Und aus diesem Grund haben auch Sie als Kunde beispielsweise ein Interesse am jeweiligen Unternehmen. Bei Arbeitnehmern geht es hier vor allem um das Thema Schutz oder Sicherheit des Arbeitsplatzes. Also hat der Arbeitnehmer auch in naher Zukunft noch diesen Arbeitsplatz oder geht es dem Unternehmen nicht so gut? Und der jeweilige Arbeitnehmer sollte sich gegebenenfalls frühzeitig dementsprechend um eine neue Arbeitsstelle suchen. Ja, Steuerbehörden sind glaube ich selbsterklärend. Die wollen letztendlich Informationen haben vom jeweiligen Unternehmen, vor allem in Bezug auf die Höhe der Bemessungsgrundlage, also für die Steuerbemessungsgrundlage, weil die Steuerbehörde ja dann dementsprechend auch die Vorschreibungen für die Steuern vornimmt. Warum interessieren sich Konkurrenten für ein Unternehmen? Hauptsächlich aus dem Benchmarking-Hintergrund heraus, also um sich mit anderen Unternehmen dementsprechend auch vergleichen zu können und zu schauen, okay, wo sind wir besser, wo sind wir schlechter, wo haben wir vielleicht noch Verbesserungs- und Optimierungsbedarf. Aber auch zu guter Letzt hat die Öffentlichkeit auch noch Interesse an einem Unternehmen, zum Beispiel in Bezug auf die Einhaltung der Umweltstandards oder ähnliches.